Das sollte, wenn ich richtig informiert bin, das zweite Halbfinale der Trostwunder sein. Der Armin aus Unterföhring gegen den Samus. Das war auch schon der letzte Ballwechsel. Und damit also Winkler, Boxdorf, der jetzt gerade ins Bild kommt hinten, mit der Flasche in der Hand. Genau, das haben jetzt die beiden, glaube ich, machen das Finale der Trostrunde. Wer das gewinnt, spielt gegen den Hauptrundensieger. Der steht schon fest. Goller, aber Moment, Moment, da muss ich jetzt noch nachrecherchieren, weil eigentlich müsste ja, wenn ich das richtig sehe, eventuell, ich bin mir aber nicht sicher, genau die Massur noch im Rennen sein, aber vielleicht hat der auch schon ein Spiel verloren. Die Recherche wird das ergeben.